Die Aluminium-Sicherheitslaufbühne, auf der ich hier gerade sitze, ist auch ideal zum verweilen, aber eigentlich ist sie doch für den harten Werkstattalltag gemacht und die Details der Laufbühne schauen wir uns jetzt mal an. Die Laufbühne ist knapp 50 cm hoch, hat eine Grundfläche von 1,35 m x 40 cm, somit garantiert sie einen sicheren Stand. Die Füße der Laufbühne sind gummiert, somit sorgt dies für sicheren Stand und schont den Boden in der Werkstatt und die Lauffläche der Arbeitsbühne ist mit rutschhemmendem Material beschichtet. Auch die Trittstufen wurden abrutschsicher gestaltet und gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen sind Sicherungshaken auf jeder Seite angebracht. Sollte die Laufbühne mal nicht benötigt werden, lässt sie sich platt sparen zusammenklappen.